Was war mit Günter Gauss besprochen? Besonderer Art. Und so war das auch. Ich wurde also ins Bundeskanzleramt versetzt, bekam da den Titel Ministerialrat und wurde dann vom Kanzleramt an die ständige Vertretung als Ministerialrat versetzt. Ich durfte ja keinen diplomatischen Titel haben. Und meine Berufung lag auch daran, dass ich nun mitgewirkt hatte an diesen ganzen Dingen. Das galt ja auch für den Grundlagenvertrag, wo Herr Bräutigam das verhandelt hat und den Verkehrsvertrag und diese ganzen anderen innerdeutschen Vereinbarungen, sodass es irgendwo ja auch nahe lag, wenn man angeboten bekam, nach Ostberlin zu gehen. Ich hatte dann das außenpolitische Referat in der politischen Abteilung und habe mich dann eben auch um die Osbergstaaten da gekümmert, das Diplomatische Korps und die Außenpolitik der DDR in Anführungsstrichen. Natürlich auch Rüstungskontrollen, Abrüstungspolitik und so. Ich hatte dann auch zum Beispiel Vatikan, ich habe hier den damaligen Karl-Hein-Meißner, den späteren Erzbischof von Köln, habe ich aufgesucht. Es sind beide Breslauer gerechnet, einen Monat, glaube ich, sogar geboren. Das hat das irgendwo zusammengebracht. Oder ich habe einen Provinzbesuch gemacht in Frankfurt. Oder um mir mal erklären zu lassen, was die im deutsch-polnischen oder in ihrem Verhältnis zu Polen machen. An grenzüberschreitenden Dingen. War auch ganz interessant.